Ich bin Roberto Turri und bin in 1959 in Svizzera. Seit 1990 bin ich freischaffender Schauspieler und lebe in Zürich. Nebst gesanglichen Qualitäten verfüge ich auch über ein Sprachwissen, über ein Basissprachwissen in Español. mit einem Südamerikaner Englisch, mit Erfahrung als Kommissioning-Engineer. Francais, weil es die Sprachwissen der mein Fils d'Ariant ist. Italien natürlich, Schweizerdeutsch bin ich aufgewachsen mit Schweizerdeutsch und dann kann ich auch ein paar Akzeite, ich gehe ein bisschen mit Schweizerdeutsch. Und ich spreche auch Portugais, weil ich im Tempo in Sao Paulo und im Litoral spreche. Also ich spreche sehr gut. All diese Sprachen kann ich je nach Rollenbesetzung und Bedarf weiter vertiefen. Und nun, bitte, mein Showring! Wir haben das original Rezept für den Chabata Grande. Endlich! 10, 20. Das wären dann 70 und 25 Fr. die Stunde, mit 95. 90. Und dann müsste ich noch einen Ausweis sehen. Und dann müssen Sie hier noch unterschreiben, dass Sie sich als Waffelsetz halten. Es ist eine đeisende Gruppe aus Deutschland, seit der Stadt nachheròm hat. Es ist der Land, Housing! Oh nein, Antonio, nicht leiden Sie. Tschüss, ciao, ciao! David, was immer über mich gehört, das ist alles nicht wahr. Die Investitionen von uns allen hier sind enorm. Und diese Investitionen werden sich auszahlen. Sie können sich nicht auf seine Verantwortung ziehen, Escher. Die Gotthardmann-Gesellschaft hätte einen bewaffneten Einsatz niemals zugelassen. Das wissen Sie. Und deswegen sind wir auch alle nicht informiert worden. Und eine eidgenössische Hochschule. Porca Miseria. Und eine sichere Verbindung in den Tessin. Ma Bildung ist die Grundlage für Demokratie. Ja, das versteht sich doch von selbst. No, Caro Escher, no. Sie haben beste Bildung immer gehabt. Hauslehrer, studieren in Ausland. Aber Demokratie ist für alle. Nicht nur, Sie entschuldigen, für ein paar Reiche. Das versteht sich doch von mir. So kann schon mal aus. まず, Sie sind schon ein paar Reiche. In der Zeit ist ein paar Reiche.